Mein Name ist Selina Olmen, ich komme ursprünglich aus Ostwestfalen, Gütersloh und ja, jetzt bin ich neu im Sauerland. Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich gern ein Gepard. Einfach aus dem Grund, dass die so unglaublich flink sind und total elegant und total schnell und die können so gut sehen. Und dadurch, dass ich nicht gut sehen kann in der Ferne, werde ich einfach gern ein Gepard. Ich stehe total auf Essen. Ich mag es einfach, Essen zu genießen und zu kochen und deswegen, da stehe ich total drauf. Was ich gar nicht mag, sind negative Menschen, die versuchen, die Laune zu verderben. Dadurch, dass ich aus Ostwestfalen komme, ursprünglich, fahre ich gerne zu meiner Familie und besuche die und verbringe halt Zeit mit denen gerne. Ja, da fahre ich gerne hin und da bin ich auch sehr gern. Eine Zeitreise würde ich wahrscheinlich gerne in die Zeit machen, ich glaube, das war irgendwann in den 60er Jahren, wo Martin Luther King so groß war und die Bewegung da war. Da würde ich gerne mal dabei sein, wie sich alles damals geändert hat in Amerika. Ja, das würde ich schon mal gerne sehen. Wenn ich ein Superheld wäre, würde ich gerne mich beamen können. Das fände ich cool. Von einer Situation in die nächste oder von einem Ort zu den nächsten Ort. Das wäre cool. Ja, aber das wollte ich mal werden. Ich wollte eigentlich schon immer Polizistin werden. Konnte ich aber leider nicht, weil ich leider zu klein bin. Und ja, deswegen musste ich halt eine Alternative finden. Und ja, heutzutage bin ich Projektmanagerin, weil das war eine schwere Beute. Und ja, kann man vielleicht sogar ein bisschen vergleichen. Man muss halt irgendwie für Recht und Ordnung sorgen und schauen, dass die Projekte so laufen, wie sie eigentlich laufen sollen. So wie Gesetze. Ja, blöder Vergleich, aber ja. Alsim- throat. Alsim- throat. Losim- habt unseri. faktiskt fliegt.